Hier Termiten, frisst. Oder frisst. Entschuldigung. Es tut mir leid. Hä? Na klar. Hätte ich nicht anders gemacht. Äh. Hallo? Erstmal die Toten berauben. Das gefällt mir sehr gut. Das mache ich auch hauptberuflich. Das ist... Neben ESL bin ich hauptsächlich Grabräuber. Aber erzählt es jemandem. Das muss unter uns bleiben. Und lass das von diesem neumodischen Internet bitte weg. Weil da ist ja alles drin. Das erfährt eh jeder. Hier ist ein Schlüssel, den ich brauche bestimmt. Äh. Samovar. Das ist ein Samovar. Hä? Hä? Was ist denn, Hade? Das, Hade. Pumpkin, das gehe ich auch hin. Ähm. Ich finde ihn nur nicht. Ich weiß, was das heißt. Ehrlich. Ich finde ihn nur nicht. Hallo? Hä, wo ist denn der jetzt? Oh, ich habe die ganze Zeit nach so einen Halloween-Kürbis-Ausschau gehalten. Oh. Ah, jetzt mache ich noch einen ganzen Baum. Und einen Stift. In all dem Müll suche... Das gibt es doch nicht. In all dem Müll suche ich einen Stift. Als ob es uns das alles betrifft. Hä, wo ist denn der Stift jetzt? Wollen die mich verarschen oder was? A pan. I have a pan. I have a pumpkin. I have a pumpkin. Äh. Pumpkin-Pan. I have a pan. I have a Halloween-Pumpkin. Äh. Halloween-Pumpkin-Pan. Pan. Pan. Nicht ein Pan. Das ist doch jetzt nicht möglich. Gib mir einen Stift. Verdammt, ich brauche dich. Ich brauche dich, Stift. Verdammt, ich will dich. Ich will dich, Stift. Verdammt, ich darf dich. Ich darf dich, Stift. Ich darf dich, Stift, nicht verlieren. Das gibt es doch nicht. Pan. 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 Hallo. Oh, ernsthaft? Oh, an der Schaufel dran. Als würde man beim Schaufeln irgendwas aufschreiben müssen. Alter. Okay. ein glaskarte geil wenn ich so eine statue ist das gesicht fassen ach die haben wir doch alle bis auf das dreieck und hier wird das vier und hier haben wir das passt nicht doch man es gibt was ist denn das denn okay dann geben wir jetzt erst und jetzt gebäude rennen und dann können wir hier zum glaskarte gehen statt mit der vorigen achse einfach einzuschlagen das spiel ist doch eh schon schrott können wir doch eh kein schwein was da oben zu damit du nichts in die augen kriegst los geht's das ist nicht so manchmal das muss ich ja runter nach hinten gehen und dann haben wir es hier hier hä 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 da steht jetzt jemand hä achso nein 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 so warte einmal so fast das eh das ist okay ich hab's verstanden glaube ich allerdings ich weiß nicht warum ich manchmal das ding nicht bewegen kann so wir haben ein baby das das wieso kann ich dich nicht bewegen komm schon okay okay so so wenn du das die die Da, ich verschiebe das nicht. Gehen wir. So. So. So, mit dem hier gehen auf jeden Fall alle. Das weiß ich schon mal. Mit dem da geht nur links. Und mit dem da geht auch alle. Das finde ich sehr gut. Mit dem da gehen auch alle. Ich verstehe das Prinzip. Man muss hier so Baby, Kleinkind, Erwachsener und dann dieser Mann da. Ja, das verstehe ich ja schon. Aber wie kriege ich das hin? Komm schon. Komm schon. Ich darf nicht auf den Knopf drücken. Ich hätte die ganze Zeit auf den Knopf gedrückt. Oh Gott. So, ähm. Ja, hier müssen die Vasen hin, oder was? Äh. Hallo. Verdammt. Was wird da? Ja. Da müssen die Vasen hin. Das habe ich schon kapiert. Under the altar. Kommt sowas rein? Ey, das habe ich doch auch. Ach, nee. Ich glaube mit 6 Jahren hat ein Hexagramm, ne? Allerdings sieht das ein bisschen komisch aus, weil die beiden Striche müssen weg. Ähm. Ähm. Hä? Hä? Ach so. Ernsthaft jetzt? Pass mal auf. Und zwar. Das sieht auch scheiße aus. Hä? So, 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 so. Kann man mal machen, sieht aber scheiße aus. Das sieht doch alles kacke aus denn. Wenn ich so mache und so. Sieht auch scheiße aus, genau. Wenn ich hier mache und so. Ne? Das sieht auch scheiße aus. Kriege ich damit ein Pentagramm hin? Lass mal kurz überlegen. Nein. Leid, oder? Wenn ich... Warte, warte. Nein, 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 falsch, 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 falsch. Wenn ich den mit dem verbinde. Und denn mit dem und dem und dem und dem und dem. Mit dem und dem und dem. Mit dem und dem und dem. Ah, ich muss die ganzen Zeilen vollgeheben. Ja, jetzt soll ich's. Pass auf. Ähm. Es muss grün bleiben. Okay. Und zwar überall. Das heißt, wir machen hier, 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 dahin, 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 dahin. Ne? Man muss es ja... Ach, ernsthaft jetzt? Ach, läck mich doch fett. Hallo? Geh da rein. Falsche Vase. Falsche Vase? Ernsthaft ist es die falsche Vase? Geht doch. So, wir suchen hier erstmal. Und wir suchen, glaube ich, erstmal die Vase zusammen. Das wäre, glaube ich, besser. Deswegen. Ich hab mich sogar leicht umgesetzt jetzt. Das ist eine Info, die keiner haben will. Aber ich hab's trotzdem gegeben. Habt ihr da vorne, ey? Ja? Ne? Ein Auge. Ein Auge. Einmal das. Einmal. Gucken, ob die Aufnahme geht. So. Ne Rose, Fagil, Fisch, Horse. Haben wir alles. Glaube ich. Da haben wir irgendwas anderes. Hier haben wir da was. Das ist ein Rose. Ähm. Ich brauch noch ein Pferd. Fagil haben wir. Jetzt wollen wir noch Fisch und Horse. Fährt und Fisch. Fährt und Fisch. Fährt und Fisch, der schwimmt hier einfach so irgendwo weg. Ne, der ist bestimmt irgendwo wieder aufgemalt. Kann ich wetten. Aber er nicht mit mir. Denn ich bin Profi. Hallo? Fischilein. Du musst dich traurig sein. Der schwimmt. Klar, sowas ist nicht aufgemalt. Ich hab ein Pferd erhalten. Cool, jetzt kommt die nächste Vase. Warte. Hier muss ich auf jeden Fall die Vasen zurückbringen. Das gefällt mir schon mal. Hier ist die Katze. Oh. Der fehlt ja gleich nur noch eine. Oder? Warte, wir gehen auch kurz zurück. Weil, ähm. Der braucht dann Delfi. Oh, zwei fehlen noch. Genau, da war ja was. Hier, Mutti. Mutti, ich werde dich retten. Hier ist die Katze. So, hier sind wir durch. Mutti, ich rette dich gleich, ja? So, ähm. Du hattest etwas, was ich nicht habe. Wo war denn das Pferd nochmal? Ähm. Boah, Leute. Wo war das Pferd? Hier war das Pferd. Genau, in Luisas Raum. Einmal zum Pferdchen reingerät, denn, ne? Oh Gott. Ähm. Ach, da und das hier oben. Ich verstehe. Ich muss... Ne. Ach, hör auf. Das ist doch scheiße. Nein. Ich will andersrum drehen. Nein. Warte. Hab's gleich. Hab's gleich. Hab's gleich. Hab's gleich. So. Jetzt drehe ich mal dener lang. Genau. Jetzt drehe ich mal dener lang. Genau. Jetzt drehe ich mal dener lang. Jetzt drehe ich mal dener lang. Nochmal lang gedreht. Den da brauche ich nicht. So. Ne, warte. Mach ich nochmal. Den kann ich nämlich dener lang drehen. Genau. So. Dann hätten wir das schon mal. Allerdings muss ich jetzt erstmal rot hoch, würde ich sagen. Genau. Grün. Ich hab hier gar keinen Plan, was ich mache. Das finde ich sehr gut. Wenn's an mir ginge, würde ich sowas von jedem Spiel skippen. Aber das ist irgendwas gegen die Gamer-Ära. Komm schon. Komm schon. So. So. Warte. So. Die kann ich nicht drehen. Nein. Ich lass mal leben. Blau, rot, gelb, grün. Wenigstens ist das das richtig. So. Tauschen wir mal komplett rum. Genau. Na, es geht doch. Na, es geht doch. Ich hab drei Vasen. Da hab ich doch was vergessen. Hier die Oma. Aber ich hab nichts. Ich hab nichts mehr. Hä? Gehen wir erstmal nach draußen. Gehen wir erstmal nach draußen, würde ich sagen. Genau. So. 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 Hallo. So. So. Okay. Hallo. So. 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 wie kommt das? Kommt dahin. Yead. Nein. Und das, das, dahin, 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 dahin. Nein, Mann ey, das ist doch jetzt. ich bin der beste so 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 jetzt haben wir es gern geschehen nächste türe ach du Gott das ist ja auch zu einfach gewesen glaube ich das ist ja rein durch zu einfach gewesen und zwar manchmal so 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 ja schlau so nächster versuch legen wir mal hier los und zwar kommt das haben wir doch jetzt wie einfach nächste und zwar hier ach ich bitte dich schlau schaffe ich nicht nein das wird nichts so 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 und wir nichts ich jetzt rückt und zwar da machen wir mal hier hier da da hier und da hier und da hier und da hier und da und fertig ich habe noch einen Schluck getrunken warte nichts geht über cola mit eiswürfel denn ist aber aber ne ich bin schon der altar der aber altar wollte ich gerade sagen der altar weg dann kommt das da oben rein das hier oben rein und das hier oben rein und mir fehlt was was ist das denn was ist das denn und zwar wir müssen die oma noch retten aber öhmchen warum machst du denn so weit öhmchen wie kann ich dich retten vor allem ich habe nichts mehr das muss ja irgendwo irgendwo muss ich was vergessen haben zu untersuchen ich gehe noch mal kurz runter weil hier ist ja auch nichts ne und hier ist gar nichts hier den habe ich schon gerettet die dude hier ist auch im buch vielleicht aber hier ist nichts ich komme ich auch nicht da ist auch alles stocken puster ich muss nur noch das übchen retten wo die jetzt was für die oma maaam hat du was für die oma maaam 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 ähm hallo eifel ernsthaft den ich konnte den teddy anquatschen ernsthaft ich brauche was zum schneiden ernsthaft ernsthaft ne zum korridor wollte ich nicht passt bei F ja ist gut teddy ich weiß dass du aufmerksamkeit brauchst ich brauche irgendwas zum schneiden und das habe ich bestimmt nicht hier oben weil ich hier schon war in der küche da das ömchen hat ein messer bei sich so wie es für brave ömchen gehört und zwar wird das aufgeschnippelt hallo aufgeschnippelt hä ernsthaft der arme teddy na klar ich hab ich hab gerochen dass er da was in der brust nein der arme teddy das spiel ist ein monster oma oma ich rette dich bin gleich wieder dort da kommt das wieder ich geh erstmal raus und ich retten ich tu dich retten immer raus einmal raus einmal rin einmal rin und da haben wir das spiel schon wieder hin damit ist der flug besiegelt damit ist der flug besiegelt kehret heim in die seelenlosen körper von denen ihr stammet nicht in den himmel nicht in den himmel ja genau damit hat väterchen seine seele bekommen damit hat der junge seine seele bekommen wunderschöne ogen haben sie damit hat auch mütterchen ihre seele bekommen und nasenflügel und tipptippe ben das übchen und er gerne die sind außen vor oder was das was ist ein ding das war's mit dem bonus ding von grimm tales die braut hat mich für folge reicht perfekt oder sechs weiß nicht kommt doch an die schnibbel ich glaube er fünf ja ich hoffe es hat euch gefallen also mich hat an meine grenzen gebracht an dem menschlichen denkvermögen dass ich in der achsen die hat drücken muss und damit er hier ich weiß nicht dass ich zum schluss den teddy aufschnippeln musste das musste ja noch sein das ist genau es musste einfach sein naja ich sag mal ich hoffe euch hat das spiel gefallen und ähm ich weiß es hat euch nicht gefallen dem gefällt schon grimm tales aber wir haben bald ein schönes neues jahr und ähm da kommt noch einiges auf euch zu lasst euch überraschen ich sag dann schon mal das war's von meiner seite aus bis zum nächsten ist clay denn es wird noch ein weichen weitergehen so 20, 30, 80 stunden und nova Ende Check mich da Yeah wie